Ja, das war es wohl für heute. Kinder, Kinder. 5.25 Uhr. Ganz zu spät geworden, ne? Guck mal, wie spät das jetzt ist. Ja, seht ihr. Aber wir wollten euch nochmal mitteilen, dass wir es also geschafft haben. Wir haben heute alle Stationen abgefahren. Und jetzt sind wir abgefahren. Jetzt sind wir abgefahren. Richtig, genau. Also nicht zusammen, sondern getrennt. Ja, das stimmt. Jeder in sein eigenes Befragung. Genau. Und jetzt hätte ich es geplant, hätte ich hier eine kleine Überraschung gemacht. Ach, das ist aber nett. Ach, guck mal. Ja, guck mal, da hätte ich das. Eine kleine... Ach, eine Urkunde, Richard. Das sieht man jetzt nicht. Das sieht man jetzt nicht, weil er hat so selten angestellt. Da ist ein Ried drauf. Soll ich dir die jetzt überreichen? Ja, kannst du machen. Dann brauche ich das nicht selber tun? Ach, schön. Oh, das ist aber auch eine Überraschung zu dir. Ach, guck mal, hier, was ich hier vorbereitet habe, nicht. Da sind viele schönen Lieder drauf, die alle was mit Zügen zu tun haben. Ach, das ist ja fein. Und gut, dann kann man sich anhören, wenn man die kauft. So, dann sagen wir mal für heute, ne? Tschüss. Macht's gut. Und gut Nächte und gut Schiene vor allem, ne?